So, hallo Leute, willkommen zurück zu einem neuen Video. Wie ihr seht, bin ich leider wiederum weiter runtergefallen. Nicht ohne Grund durch meinen Kumpel Deadby, der mich leider im Kampf angerufen hat, leider mehrfach. Gegen den wir jetzt auch ein Testspiel machen. Mit der neuen Herausforderung, mit der Auswahlherausforderung, die man auch in der Testspielvariante nutzen kann. So. So, mal gucken, ob er antwortet. Wäre echt lustig, wenn er mal was sagen würde. So, dann wollen wir mal ihn herausfordern. Warte mal. Na, egal. So, auch hallo Jojo. So, was geben wir uns denn? Na, ich würde sagen mal den Rally Giant. Hm, Rakete mag ich nicht so, deswegen nehme ich die mal lieber. Ja, dazu würde ich sagen immer noch die Barbarenhütte. Paula ist eh meine Lieblingskarte mit. Ja, ich würde sagen, da geht das mal ganz gut klar. Wünsche mir noch ein gutes Spiel. Na, klasse. Was hat der denn uns gegeben? Na, klasse. Okay. Kommt der jetzt hier mit meiner, mit meinem Kobalt-Fass an? Na, klasse. So, er hat einen Hexer? Ach, stimmt, ja. Ja, einen Poison, den kann ich gut verkraften. Da macht man schon mal soliden Schaden. Er hat einen da auch mit seinem Kobalt-Fass. Aber, das passiert. Oh, er hat einen Ballon. Ja, gut. Da kann ich nicht viel machen. Ich habe bloß ein Musketier für die Luft. Er nimmt einen Tornado bei einem Bowler. Okay. Da bedanke ich mich mit einem Hit. Komm, kriegt er noch einen zweiten raus? Nein, leider nicht. So, ich würde sagen, da er nur einen Poison hat. Hm. Nerv mich doch mal nicht mit deinem Kobalt-Fass. Ja. Würde ich sagen, wir spielen mal die Barbarenhütte. Da wird er gleich seine Kanone bringen, vermutlich. Ich brauche zwar eigentlich sechs Attucks hier. Für den Ballon, wenn der kommt. Deswegen wollte ich eigentlich mein Musketier nicht unbedingt spielen. Aber, bleibt mir wohl nichts anderes übrig. Bringen wir noch mal einen defensiven... Na, klasse. Der Hund mit seinem Kobalt-Fass, ey. Er bringt einen Poison bei einem Royal Giant. Das ist aber nett von ihm. Würde ich so sagen, fallen wir noch mal eine Rakete drauf. Der Turm fällt. Wir arbeiten schon mal am nächsten. Ja. Turm fällt, war klar. So, sein Turm ist auch down. Schon allein, schon wegen dem Poison. Äh, wegen dem Blitz. Entschuldigung. So, bringen wir noch mal eine defensiv... Barbarenhütte. Der will mich aber noch mal ärgern, ne? Wünsche mir noch mal ein gutes Spiel. Ja, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Die Herausforderung. Ihr könnt ja noch spielen mit euren Freunden. Und da wünsche ich euch viel Spaß. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao. Ja, die